Und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Call of Cthulhu, wo ich hier tatsächlich auf diesem Schiff noch einen Speicherpunkt gefunden habe, nämlich hier auf der Brücke. Wunderschön, hier kann man das Außendeck nochmal sehen. Okay. Ich weiß zwar jetzt immer noch nicht, was ich tun soll, aber jetzt gucke ich mal hier rum weiter, weiter hin. Wird ja sich wohl nicht so groß eigentlich verändert haben. Infirmary. Oh, Muni. Brauche ich die? Die Schrott ist ganz gut. Okay. Gehe ich mal wieder zurück. Also hier ist die Brücke, da hinten war die Krankenstation. Wer ist da? Nochmal Krankenstation, okay. Ich werde mich jetzt mal lieber hier orientieren. Und bestimmt muss ich hier irgendwie gleich rumlaufen. Ui. Wie da so ein schönes Plastikschiff drauf ist. Was ist hier? Hier geht's nach unten. Da ist gar nichts. Und hier ist ein Lagerraum. Okay. Ops Room. Das ist, glaube ich, der Raum hier. Okay. Was nun? Mann, ist das ein Scheißwetter. Und natürlich wieder Vollmond. Und natürlich wieder ein viel zu großer Mond, dass die ganze Welt untergehen würde, wenn er wirklich existieren würde. Egal. Was ist hiermit? Das könnte ich dir sogar bestätigen. Nach dem, was ich gesehen hab. Was ist mit dir? Oh, oh, oh. Was seh ich da? Ah, der guckt ja. Jack, ich bin in viele Pläser und ich habe viele schreckliche Scheiße gesehen. Aber es ist nichts, das noch nie standen, wenn ich dieses Baby hatte. Was war das? Oh, oh. Johnson! Warte, stehe weg vom Seiten. Oh, fuck. Ah. Die etwas größere Muttern. Wir sind unter Attack. Jack, hilf mir, die Interessen. Ja, immer. Oh. Oh. Ah, Gott. Was zur Hölle? Ah. Überall. Ah. Stirbt. Weg von mir. Aua. Ah. Die es mich total zerschreddert hat. Gott. Ich muss mich schnell verbinden. Ist das schlimm? Töte jetzt die alle, meine Getreuen. Weg von mir. Du blöder Mutant. Wie er mir direkt wieder den Arm gebrochen hat. So ein Schwein. So ein Schwein. Mann, ist das laut hier. Ah. Hilfe. Was, wie? Ich muss in den Lagerraum. Ich komme aus der Hölle hier raus. Blockiere mich nicht. Ah. Alter, ist das ein Mist hier. Oh, ich glaube, ich sterbe. Ich glaube, das bringt jetzt nichts mehr. Lasst mich verbluten. Geht's um den Lagerraum. Ah. Ah. Ein Schleicherpunkt. Ich muss es schaffen. Ja. Foto-Finish. Ah. Und das war's. Ah. Okay. Scheiße. Okay. 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 Ich glaube, ich muss noch mal von vorne anfangen. Verdammte Hacke war das schlimm. Wie die mich zerschreddert haben, ist ja unglaublich. Verdammt. Und ich dachte, da kommt ein Speichelpunkt, ich bin gerettet. Und da kommt immer so ein Viech von hinten und schlägt mir richtig rein. Schlägt mir richtig eine rein. Los. Jetzt weiß ich ja, was zu tun ist. Lass das Gemetze beginnen. Yo. Das Gewehr nehmen. Gewehr nehmen, Jack. Wir sind unter Attack. Jack, hilf mir, die Entrennung zu schützen. So. Und jetzt verstecke ich mich mal hier drin. Komm. Irgendwie ist hier schönes Rot. Ah. Geh weg. Geh weg. Ah. Ah. Mein Gott. Oh mein Gott. Ist das ein Chaos. Tötet sie doch einfach. Da kommt einer. Na? Vielleicht verschwende ich mal nicht. Äh. Äh. Okay. Storge. Neh mich doch. Okay. Weg hier. Und ich bin ultra langsam. Aua. Ich seh nichts. Hier ist alles langsam. Mein Gott. Stirbst du wohl endlich. Boah. Ich werde noch wahnsinnig hier. Kommst du? Ha ha. Speichern. Boah. Meine Sicht ist irgendwie sehr. Uua. 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 Mir wird schlecht. Was ist das hier? Ich nehm die gute alte Shotgun. Oder? Ja hier ist noch genug Munition. Also Shotgun. Mein Gott. Meine Sicht ist unglaublich. Ah. Ha ha. Boah ist das ein Horror. Boah ich muss mich wieder verbinden. Hoffentlich schlägt er mich jetzt nicht wieder einer von hinten nieder. Mein Gott ist das ein Stress hier. Wow. Was so. Ey. Das hab ich doch grad gesehen. Der kann doch nicht schon weg sein. Alter. Meine Sicht. Okay. Irgendwas ist hier drin. Ja. Ja. Wieso hat man... Haha. Ach Gott. Ist das ein Gemetzel. Okay. Und... Was muss ich denn jetzt hier holen? Ah. 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 Ich muss das in Henson. Ja. Weiter geht's. Ah. Ist das ein Horror. Vor allem diese Sicht ey. Als ob ich hier mitten im Gefekt so eine Sicht habe. Dann ist man ja direkt tot. Jo, auf geht's. Mein Gott, überall diese Leute. Na komm. Tötet sie alle. Okay, und wo sind die Gegners? Da sind die Gegners. Nein, keine Muni. Ah, sie kommen von allen Seiten. Hey, Tötet ihn, Tötet ihn. Mann, ihr seid unfähig. Was ist das hier? Call of Duty oder Call of Duty? Wie er mir wieder den Arm zerfetzt hat. Ich werde immer schwächer. Jetzt muss ich mich wieder verbinden. Oh, alles kaputt hier. Oh, es ist vorbei. Irgendwie schon. Was jetzt? Was? Wenn? Wo? Okay. Ach, Cover. Und? Oh, scheiße. Oh, fuck. Ah. Alter, was war das denn? Was? Mein Gott. Was ist hier los? Ah ja. Und nun? Okay. Und nun? Ah ja, da war ja was mit Maschinenpistolen. Habe ich die Ammo genommen? Nein. Wir sind für den Tomikun. Ich muss diese zu Hansen holen. Ach Gott. Ist das ein Horror? Ach. Ja, nimm hier. Okay, auf zur Medizin. So. Auf zur medizinischen Station. Alter, hier sind ja auch noch andere. Gott. Erstmal verbinden. Nieder total zerschreddert. Gott. Ist das schlimm. Ja, sollte ich. Ah, die Sicht. Die Sicht. Sie wird kaputt. Ich glaube, ich sollte nochmal speichern. Ah. 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 Wieso? Das ist ja ein Horror, diese Passage. Speichern. Gott. Ich kann langsam nicht mehr. Nachladen. Oh Gott, denk hier. Ich lade grad nach. So, wenn mir einer zu nahe kommt, dann werde ich ihm einfach mit der Frosch verpassen. Ah. No. Gott. Ah. Ja, sie kommen an den Seitenhut. Das tun sie seit fünf Minuten. Oh, wie sie alle sterben. Sterb. Stirb. Fischgesichtiger Abschaum. Da ist noch einer. Aha. Gut gemacht. Hä? Sie sind überall? Ich sehe keinen. Where'd they go? Come back, you fish-based bastards. That was a close call. Well done, Henson. Most of the crew are dead, Jack. Okay. Why the retreat? Jetzt kommt die Welle. Festhalten und ducken. 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 Lass es klappen. Lass es funktionieren. Lass es funktionieren. Ich will loslassen. Looks like there's some sort of witchcraft happening on the reef. Jack, try using the cannon scope to get a better look. Okay. Okay. Ja? Was soll ich denn hier sehen? Oh, nicht schon wieder. Oh, und wieder da so eine verdammte Welle. Gott. Oh, Gott. So. Wieder geschafft. Loslassen. Direkt an die Kanone. Alter, loslassen. Mein Gott. Komm, ich schieße einfach mal drauf. Daneben. Krasser Scheiß. Meine Güte. Schon wieder. Oh, Blutflecken. Überall. Oh, Mann. Noch höher, bitte. Was ist denn das für eine Welle? Okay. Loslassen. Und? Meine Güte. Meine Güte. Wie krass das ist. Kommen wir jetzt nicht auch langsam näher? So, Kanone. Zack. Locker habe ich das getroffen. Aber hat nichts gebracht. Ach so. Ach, verdammter Mist. Festhalten. Oh, mein Gott. Das sind Zauberer. Ach so. Jetzt habe ich das alles verstanden. Jetzt, wo ich mich an die Silhouetten erinnere. Das sind Zauberer. Und ich muss sie jetzt abknallen. Damit die keine Wellen mehr machen. Okay. Sag das doch gleich. Ich dachte, das wäre so ein Stein oder sowas. Ah, wann daneben. Wie schlecht bin ich damit? Komm, sterb doch einfach daran. Oh, er ist gestorben. Oh, er ist gestorben. Und noch einmal. Halt dich fest. Boah, war das knapp. Gott. Meine Güte ist das ein Part. Meine Güte. So actionreich. Hatte ich es ja noch nicht. Ah. Ich habe es geschafft. Oh, Mann. Das ist schon wieder am Schiff. Infiltration. Was ist? Geh es einfach, Thompson. Jetzt sag mir langsam. Was ist die Situation? Dankeschön, du bist hier, Herr. Es gibt kaum noch keine der Crew. Und es sieht aus, dass ein paar von diesen... ...S-Thingen, die unter dem Deck sind. Hast du den Kapitän Hurst gesehen? Er ist delirisch, Herr. Er lockt sich in seine Karte. Er will nicht die Tür zu niemandem antworten. Mit Respekt, Herr. Er ist auf seine Karte. Wir brauchen ihn, um die Armour zu öffnen. Armour? Oh, Mann. Ich... Okay. Mein Gott. Ich muss jetzt erst mal speichern. Speichern! Und ich glaube, damit beende ich auch diesen Part, meine Damen und Herren. Beim nächsten Mal geht es direkt mit Ultra Action weiter. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!